Ja, dann ratet mal, wo ich hier bin. Das hier ist eine Autobahnraststätte. Kann man kaum glauben. Guckt euch die Decken an, guckt euch die Wände an, guckt euch dieses riesige Panoramafenster an. So können Autobahnraststätten aussehen. Und was ihr da hinten seht, ungefähr da, das ist der Leubinger Fürstenhügel. Und dann gibt es noch einen Weg dahin, mit einer Ausstellung und Informationen. Und hier in der Autobahnraststätte ist auch noch ein kleines Museum untergebracht. Alles Wahnsinn hier. Also die schönste Autobahnraststätte, die ich seit langem gesehen habe. Und wenn ihr mal hier runter guckt, das sieht alles so lecker aus. Seht ihr die Lampen? Die sind aus Bronze. Jede einzelne Lampe hat 900 Euro gekostet. Und das sollte man gar nicht glauben, aber das Essen ist auch großartig. Ihr müsst hier echt mal vorbeikommen. Ich bin so begeistert. Dieser Umweg hat sich so gelohnt. Großartig.